Aus kommen wir dann noch genauso viel Blei und alles andere, Stil und was dann noch dazu kommt. Und das mal hinkommt. Das ist ja unsere Maschinenhülle. Ja immerhin das haben wir doch schonmal. Das ist ja dunkel, jetzt produzieren die Dinger wieder gar keinen Strom. Da bringt ja nix, wenn man jedes mal zwei Minuten da rein muss, unser Ding wieder ausschalten und sich alles wieder auflädt. Der muss laufen, ununterbrochen. Ich meine zehnmal kann er ja laufen ununterbrochen. Ne? Ne, kommt drauf an, wie viele der spawnt. Pro Enderman braucht er das. Ja. Ja. Mit Spice bauen, da sind schon 200.000 weg. Ja. Wir können natürlich auch einen Dieselgenerator bauen, aber dann brauchen wir jede Menge. Biodiesel ist teuer. Ja, das weiß ich. Daubert sehr lange. Wir können auch erstmal automatisieren, dass Biodiesel hergestellt wird. Ja. Boah, ich meine, was... Einfachsten wäre nochmal Wasser. Oh oh man. Brauchen wir ja nur Tweeted Wood. Holz haben wir genug, links haben wir auch genug. Wollen wir jetzt nochmal ein paar Wasserräger. Ja. Biodiesel ist es. Weil wieder die zwei Kinetik-Dynamos ja auch nicht feiern wird. MV-Captain-Setter-Harseer. Oh! Also nur diese Elektrom-Beyer-Coin. Ja. Ja. Hab ich jetzt? Ja, hast du. Ja. Ja. Oh, okay. Wasser. Hier wieder. Wo können wir die denn jetzt hinsetzen? Wie den Lootblinks haben wir noch 34. Ja. Ja, mach deine Wahl. Ja. Ja, wir haben noch ein Papa, sorry dann. Nein, ist auch kein Hügelchen, nix mehr. Hm, sonst musst du mal gucken, ob du das da irgendwie mit in die Umgebung einfließen lässt oder so. Hast du auch. Hat ja gesagt, da ist kein Hügelchen, nix mehr. Ähm. Muss ja dementsprechend hoch sein. Ja, ich weiß. Da ist ja nix. Nice. green Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alles teuer. Egal was du machst. Wasser wieder. Wasser wieder. Wasser wieder. Das ist der Brünn hier. Ja, da ist ein Brunnen, genau, da musst du aufpassen André, da ist ein Brunnen. Ja, da ist ein Brunnen. Ja, da ist ein Brunnen, genau, da ist ein Brunnen. Ja, da ist ein Brunnen, genau, da ist ein Brunnen. Ja, 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 da ist ein Brunnen. Ja. Ja, da ist ein Brunnen. 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 Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Oh! Ich überlege, ich überlege. Überlegst du? Ich werde schon mal alle Eimer holen. Ah, okay. Ah, jetzt ist alles besser. Haben wir mal die Elektronik? Ja. Da habe ich das wieder vergessen. Name hast du gesagt, aber kein Hallo. Doch, habe ich gesagt. Aber ich brauche noch drei Water Wheels. Noch drei? Willst du sechs Stück haben? Ich brauche zwei Kinetic Dynamos und sechs Wheels. Das ist doch normal. Bei den anderen haben wir... Pro Dynamo brauche ich nicht nur drei. Okay, da hast du drei Stück, okay. Alles klar. Wir sind halt direkt nebeneinander. Sieht halt aus, als wenn sie sechst wären. Aber wenn sie wollen, bleiben sie doch ein bisschen. Brauchen sie oder scheißen sie in den Busch. Ah, er hat das mehr. Ah, er hat das mehr. Super Ball gucken. Super Ball. Da mache ich dir gleich noch ein paar Wasser wieder. Der wird die Kinetic Dynamos fertig machen. Ja. Wenn du so nett wärst. Wasser. Einmal. Wenigstens zwei. Drei. Drei wären besser. Ja. 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 Das ist anstrengend, ne? Roboter Wheels bauen. Ne, du willst doch alles auf dem Mal haben. Das ist doch das Problem. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Äh, das? Bis die ganzen Water Wheels da immer wieder hinsetzt, baue ich mir nicht gleich alles auf. Was denn plant, dann geht das. Was denn plant, dann geht das. Was denn? Na jetzt will man ein paar Hände zu leisten. Ist doch nicht. Will ich? Ne? Wie denn Wood machen? Erstmal soll es funktionieren und dann nachkümeln. Ja, das ist witzig. Aber jetzt muss ich nochmal die Water Wheels machen. Ich bin ein Sprachwagen, der so tief unten lebt Ich bin bei jeder kleinen Bodenwelle vor der Früh Ich will Musik hören, stoppen laut und laut Und wünsche mir mal die D-Macht wieder her Denn seit dem Euro ist mein Portemonnaie immer leer Zwei mal drei mal vier Wille wille wicht und drei macht neun löst Ich mach mir die Welt Wille wille wie sie mir gefällt Zwei mal drei mal vier Wille wille wicht und drei macht neun löst Ich mach mir die Welt Wille wille wie sie mir gefällt Was tun ist die Welt noch dran? Wille bitte wie wärs mit grün, gelb, rot, blau Hier ein bisschen Zagatat Arfetti und alles ist paletti Ich meine in meinem Kalender Immer September Ich hab ständig Geburtstag Doch werde nicht lang Wenn ich kein Geschenk krieg Ist nicht schlimm Ich schüttle ne Banane Und trag mich was bin Ne Banane Vielen lieben Dank Super Tag Und ich scheiß auf den Weg von der Bank Ich zerleiß diesen Schieb Nein, ich streich mal kurz Das Minus auf dem Kontoauszug Einfach durch Von oben nach unten Ich hab 2000 Abend 2000 Plus Lass uns einkaufen fahren Gleich kommt Lass die Buch Ich hör mit der Wahnskache Manche nennen es doch Bus Ansichtssache Zwei mal drei mal vier Wille wille wicht und drei mal drei Ich mach mir die Welt Wille wille wie sie mir gefällt Zwei mal drei mal vier Wille wille wicht und drei macht neun löst Ich mach mir die Welt Wille wille wie sie mir gefällt Meine Welt ist ein Würfel Ich darf immer noch mal Weil ich ne Sex hab Meine Welt ist ein Monopoly Wett Ich krieg immer Geld Wenn ich gesetzt hab Ja, mein Leben ist ein Spiel Und die Grafik ist high-end Ich kenn das Bonus-Level An die mir vorbei rennt Ich joker nicht Ich blöffe nicht Ich spiel joker öffentlich Keine Tür ist mir verschlossen Ich sag, sesam öffne dich Meine Welt ist ein Jenga-Turm Der wächst und wächst und wächst und wächst Bis ein Stein auf dem anderen steht Und oben sitz ich dick und fett Mit Kronnatschen und Plauze Ich hab jetzt fast meine Pfeile hier noch mit So, die Wasserräder kriegst du auch gleich B-au Das ist ja auch kein Hügelchen mehr oder so Die richtige Höhe hat B Und das ist ja auch kein Hügelchen mehr oder so Fierig, ne? Die Monster fahren vielleicht doch woanders Eine kriegen wir auch da hinten in die Höhle und da Also in den Berg unter Dann machen wir da eine rein Sonst Spawner wechseln So, komm mal her, das, und, das, und, das, und, das, und, das, und, das, und, das. Ich muss euch die ganze Zeit gegen dir einebenen, du bist ja nur in deiner Werkstatt. Ja, Entschuldigung, lass ich für dich... Nein. Aber du sagst, dass du nur in deiner Werkstatt stehst, Mu. Nein, darauf lässt du dich jetzt nicht mehr ein. Warum nicht? Husa. Bis du mit mir diskutierst. Husa. Nein. Wow, hat er unten gespawnt, oder was? Hm. Der läuft. Aber dann ist ja nicht viel rumgekommen. Eine Ender-Pähle, ein Lootback, und ein Essenz. Ja, ja. Wie viele Endermänner hat er bisher getötet? Ich muss das wissen. Na, wieder 100 Millionen. Nicht mitgezählt. Das müssen ja schon ein paar Geräte sein. Hey, Wasserrega. Hast du noch Stromkabel, oder... Ja. 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 Ichucke. Ja. Hallo Papagena, Tulepvera mit der Papaya. Klebsen. 1,5-3,5-3. 1,5-3,5-3,6-3. 1,5-3,5-3,5-4,6-3,5-3,1. 3,5-3,5-4,6-3,5-4,6-3,6-4,6-4. ich habe dich gefragt was die antwort er hat ich habe keine hier wurde von mir kann ich dann lass mich nicht verstehen jetzt kann wirklich nichts an wahrscheinlich nur wieder in deinem bad genuscht ich nur schon immer in meinem bad die ganzen tag schon dann weiß ich sechs kabel wenn der kapazitur haben ein connector für dich strom oder rausschütteln ich habe sie aber auch nicht mehr gebricht reichen ich weiß nicht ob die reichen das würde ich gleich sagen auch nicht hauptkloppt Das klappt. Die Räder reichen immer noch nicht.